Erfolg hat drei Buchstaben. Tun Das Geheimnis des Erfolgs ist anzufangen. Erfolg sollte stets nur die Folge, nicht das Ziel des Handelns sein. Wenn du laufen willst, lauf eine Meile. Wenn du ein neues Leben kennenlernen willst, dann lauf Marathon. Gewinnen heißt, dass du bereit bist länger zu laufen, härter zu arbeiten und mehr zu geben als alle anderen. Leidenschaft steht am Anfang jeden Erfolgs. Erfolg ist nicht etwas, das einfach passiert. Erfolg wird erlernt, Erfolg wird trainiert. Erfolgreich zu sein setzt zwei Dinge voraus, klare Ziele und den brennenden Wunsch, sie zu erreichen. Für das Können ist es nur einen Beweis, das Tun. Das größte Hindernis auf dem Weg zum Erfolg ist die Angst vor dem Scheitern. Schmerz ist vergänglich, Erfolg bleibt für immer. Vergiss nicht, Erfolg ist die Belohnung für schwere Arbeit. Der Preis des Erfolges ist Hingabe, harte Arbeit und unablässiger Einsatz für das, was man erreichen will. Erfolg hat nur wer etwas tut, während er auf den Erfolg wartet. Ich messe den Erfolg nicht an meinen Siegen, sondern daran, ob ich jedes Jahr besser werde. Unsere Fehlschläge sind oft erfolgreicher als unsere Erfolge. Wenn dir dieses Video gefallen hat und du gerne mehr motivierende Inhalte wie diesen sehen möchtest, dann gib einen Daumen hoch und abonniere unseren Kanal. Wenn du unterwegs bist, klicke auf die Benachrichtigungsglocke, damit du informiert wirst, wenn wir neue Videos hochladen. Danke fürs Zuschauen.